Ok, so, da sind wir! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Deep Rock Galactic und... gespeite Waffe... 14mm... Wir machen mal zusätzliche... wir kaufen jetzt mal zusätzliche Munition erweiterte Räume... Brennbar klingt gut... Lass das Strauchen... Der Wirkungsbereich wird erhöht, klingt gut... So... Und jetzt müssen wir erstmal 15 werden, um den Rest freizuschalten Das ist aber unproblemabel Was hat er denn von der Klasse Rüstung und dann... So, die Mission ist jetzt wieder für Goethe Goethe, Goethe... Hamstersocke um Stufe 1 und... Erste Mission für die Hamstersocke Wer jetzt mitkommt... Das dürfen wir richtig gut sein... Nicht, dass wir einen schlechten Eindruck können lassen... Goethe hat jetzt eine Stufe 3... Stufe 3 Bohrer mitgenommen... Ok... Ich sammle 2 Ingenieure und 2 Bohrer... Das ist an sich ziemlich dumm... Aber ich muss meinen Ingenieur auf 15 kriegen... Das kriegen wir schon hin... Die Mission ist ja nur... Stufe 2... Und dieses nur Sammeln und... Also geht schon... Magthera Plage... Was auch immer eine Magthera Plage ist... Wir werden das sehen... Das kleine Symbol... Das kleine Symbol... Hm... Wieso, das mit den Perks... Muss ich auch noch machen... Ich hab ja schon ein paar Perks... Ein paar Perks... Bum, 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 bum... Tja... Ist er eigentlich schon ein Stern... Ist er 16... Gesamtwagen 16... Er hat schon einen Stern... Müsste er nicht schon höher sein... Na keine Ahnung... Hier auch immer... Schwenker ist... Vielleicht hat er einen durchgespür... Direkt... Nicht so wie wir jetzt hier... Bum, 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 bum... so schauen wir jetzt mal auf die map und dann müssen wir und dann Okay. I call for the mule. I call for the mule. This room, guys. This room. What have you found? Magthera. Oh, my God. That was enough. No. So. No. So. No. Ja, nein! Oh, no. Mega clever dumm gewesen. Ich dachte, da ist fester Boden. Und dann, ja. Gut. Da, ja muszę mangić się. No. 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 Das war doch schon mal recht effektiv. Das war schon mal recht. So, jetzt bin ich wieder oben. So, jetzt bin ich wieder auf. So, wieder aufgefüllt, fast komplett. So, ich sehe schon noch nicht mehr. Molly, wo bin ich hin? Hier? Komm von mir aus. Komm her, nimm erstmal. Wo geht's denn hier lang? Mal aus, bis zum Stink. So, in die Richtung. Komm doch hin, ja. Ich muss Kopfstein halt machen hier. Und schon, wenn du das. Mal aus. 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 Oh nein. So, jetzt kommen wir zu mir. Das ist nicht gut. Und du hast du noch? Alles klar, gut dann! ein endloser strom so wasser ok wäre schon nennen wir was zeigt ihr denn es ist ein das kann mir auch hier ja 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 da unten Ich weiß nicht, dass ich nicht mehr tun habe. Das ist Gold hier! Ich denke, wir haben eine Chance, um eine Outer Line zu machen. Ein bisschen Gold! Gold, get into the field! Wo ist das? Heads up! Da ist eine Flur von Magterra zu gehen. Kontakt imminent. Ich brauche das in die Tür! Oh Oh It's a little bit more than some of them Okay. Das war's für heute. Ja, gib mir etwas Zucker! Molly, komm her! ... ... ... ... ... ... ... ... Ich bin voll voll voll, gut. Ich bin voll voll voll. Ich bin voll voll voll. Der Knochen ist sicherlich hungry heute Abend. Unmengen Rauch. Woa. Okay. Okay. Boy, backstreet. Backstreet, can't carry anymore. Come here. Come here. Molly, over here. The beer is cold here. Okay. Reloading! Come here. I forget. I'm not going to go back this way. You need to be careful. I'm not going to be careful. I'm not going to go back this way. I'm not going to be careful. Okay, come here. Need some free space. Bum, bum, bum. Okay, come here. 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 Was ist das? 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 Oder was ist das? Was ist das? Wir haben den Pilz total vergesst. Hier ist alles voll mit Lampen. Okay. Okay, das war jetzt meine Herausforderung. 200 in die Richtung, schatze. Let's head for the 10. Okay. 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 Der Spot won't hang around forever. Go go go! That after 2 min Damn it! Dramme! 35 Wir schaffen's Nein, wir sind wieder eingefroren Jawoll, ja, ja, ja Okay, wir haben die ganze Cola ausgeschafft 1000 Gold Was ne Mission, ach du heiliger Klawauter Holy moly Yeah Und da sind wir Level 15 geworden, sehr schön 3000 Kohle haben wir gekriegt für die 99 Sooo Okay, das war's gewesen Ähm Mal ein Bierchen auflegen Drückt die E Also Das war's geil Übrig Na Ja Ja Die Ja Ja so das war die letzte runde für mich heute vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen die war jetzt echt lang aber das gold explosion singen war echt naja bis auf die decke war es wahnsinnig gut du musst jetzt kein dier mehr ausgeben wir wollen das jetzt gar nicht mehr machen ja ja Das ist so cool. Marion! mit diesen bildern verabschiede ich mich für heute und wir sehen uns dann beim nächsten mal soviel ihr lust habt tschöö euer exabotchen und das däumchen nicht vergessen